Herzlich Willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Funktionsunterwäsche informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Und wir starten direkt schon mit Tipp Nummer 1. Achtet unbedingt auf die richtige Jahreszeit und Temperatur. Das heißt, bevor ihr euch eine Funktionsunterwäsche zulegt, prüft erstmal, wohin wollt ihr fahren, was herrschen dort für Temperaturen und welche dicke oder empfohlene Dicke von Herstellernseite aus ist für die richtige Funktionswäsche sinnvoll. Darauf unbedingt vorher achten. Tipp Nummer 2. Achtet auf ein wirklich gutes Material. Die Unterwäsche ist wichtig. Sie sollte natürlich mehr verwaschbar sein, ohne dass es kaputt geht. Sie sollte gut verarbeitet sein und sollte vor allen Dingen auch bequem sein. Das heißt, wenn ihr sie anhabt, sollte es nicht irgendwo spannen, unangenehm drücken oder Nähte irgendwo sein, die euch ständig irgendwo reindrücken. Also lieber ein bisschen mehr ausgeben, paar Euros mehr, aber dafür kriegt ihr dann auch wirklich eine sehr, sehr gute Funktionsunterwäsche. Tipp Nummer 3. Die richtige Größe und Passform ist auch wichtig. Also schaut, dass es nicht irgendwo zu eng ist, dass es dann dadurch irgendwo spannt. Es sollte aber auch wirklich gut am Körper anliegen, dass man ein angenehmes Gefühl hat und solche Unterwäsche den ganzen Tag problemlos und beschwerde beitragen kann. Tipp Nummer 4. Auch ganz entscheidend die Hautverträglichkeit. Also was für ein Material habt ihr oder plant ihr zu kaufen? Vertragt ihr es auch nicht, dass es irgendwann Rötungen gibt oder ähnliches. Von daher immer auf eine gute Hautverträglichkeit achten. Am besten hier auch auf die Empfehlungen und Hinweise der Hersteller achten. Und Tipp Nummer 5. Grundsätzlich guckt mal bei Kaufempfehlungen rein, anderer Portale bzw. anderer Blogs. Was wird dort empfohlen oder Foren? Was sagen sie den Leuten? Und dann könnt ihr euch auch noch mal so ein bisschen ein Bild für euch selbst machen, eine Entscheidung treffen. Dann kommt ihr zu uns, bestellt es hier über die Seite unter www.sport-abenteuer.de, nämlich unterhalb des Videos. Ansonsten besucht uns auf unserer YouTube-Seite unter Sport und Abenteuer. Abonniert uns am besten und schaut euch noch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an. Rund um Sport, rund um Freizeit und ganz wichtig rund um Sport, Schnee und Ski. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Auswahl eurer richtigen Funktionsunterwäsche. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.